Schönen guten Morgen an alle zu diesem brandneuen Online-Kurs, den Gibiomeist in diesem Herbst anbietet, zum Thema E-Bike. Ein Bestand an E-Bikes im deutschsprachigen Markt in Deutschland von 11 Millionen, wenn man mal die E-Autos dagegen setzt. Ganz wichtiger Aspekt, den müsst ihr im Kopf behalten. Die Gewichtsverteilung verändert sich und die Kraft am Sattel nimmt signifikant zu. Wir sehen also, dass Fahrradfahren nicht nur gesund ist für jeden und jede, die das tun, sondern ein Plus für alle in der Gesellschaft darstellen. Wir 90 Prozent mal ignorieren, aber sagen die 10 Prozent, da ist irgendwas noch zu optimieren. Die fühlen sich nicht richtig wohl auf dem Rad, da ist im Komfortbereich noch Potenzial und die sind bereit, auch nochmal Geld für diesen Service zu investieren. Also sind wir bei einer Zahl von knapp über einer Million potenziellen Bike-Fitting-KundInnen. Sehr geringe Marketingkosten. Es geht tatsächlich darum, diese Kontakte zu nutzen. Und um das einmal einzuordnen, das ist jetzt die Messung am Sattel. Ihr seht außenrum eine Sattelform. Auf diesen Sattel wurde eine Druckmessfolie gelegt und die zeigt jetzt in der Bewegung über diese Farbskalierung an, an welchen Stellen herrscht mehr Druck und weniger Druck. Bei 1246 Millibar, also 20 Prozent weniger Maximaldruck an dieser entscheidenden Stelle. änen 衣 das 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 Vielen Dank.